Hallo Leute, Willkommen in den Show. Hallo, hallo. Und wir spielen für euch wieder Aladine. This is our way. The Super Nintendo. Part 3 besetzt. Und jetzt sind wir in Chimis. Oh Gott. Und da bin ich, Leute. Yo. Es ist echt ein cooles Spiel, muss ich sagen. Ich finde, dass er doch so... Irgendwie, wenn es gehen würde, so eine Art der perfekte Jahrmarkt. Das ist doch Chimis? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das doch super, oder? Scheiße. Gehen wir doch noch mal die Dinger drauf. Das war lustig. Ich weiß nicht, oder? Die Tastounds. Apfel! A la Apfel, Steffi. Schau, das ist wichtig. Schau, das ist richtig. Oh mein Mann! Wir kommen in Chimis-Vort. Wie geil Chimis in Ihnen. Muss wohl eine große Fehl von sich sein, ne? Und der Bart ist so ch Bullish. Ist das so ein Großenrat, oder? Steffi hat der anderen da. Hohoho! Alla die Nebel! Das ist wie ein Pendakill bei Loi gerade gewesen. Was ist denn? Das war kein Pendakill. Das war Überlebungsmuss. Das hat, glaub ich, Genie, genau. Das war ziemlich stylisch gerade. Mhm. Das war ganz frittig. Ich glaub, irgendwie ist das eine schöne Idee. Und mit Schwung. Oh, das ist Genie, ganz traurig, wenn Anna sie stirbt. Das sind eure Gebiete. Mol zu ziert. Was sagt man doch? Das ist am Anfang, dieser Genie-Scheier erinnert mich irgendwie an so Latschlau. Sei da links oder passt irgendwie so. Und die Schatten wird da auch noch so gestanden. Echt, oder? Schau dir mal den Genie an, wie der Genie tanzen kann. Aber Chunk, kann ich lachen? Ich lache irgendwie. Also ich denke, ihr, Anna hat seinen Stinkefüßen. Zeig. Käsefüßen? Das ist aber, warum ich bei meiner Schule immer Käse für sie gebacken habe. Irgendwie so, ne? Das ist der Ausstecher. Ausstecher müssen. Ja, dann haben sie Käsefüßen. Die war lecker da, was war die noch. Die Blatt-Salz. Oh. 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 Das ist der Ausstecher. Das ist der Ausstecher. Das ist der Ausstecher. Oh. Das ist der Ausstecher. 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 Ich habe irgendwie Hals geschenkt. Das hat die Nacht, als er sich glaubten, ein Bonbon ist. Was können sie ja tun? Was ist die Rehren zieh sich auf Gini und seinen Zauber? Seinen Zauber, Zauber, Zauber Keine Müß, was vorweg gut kommt So bleibt immer der Oh! Ein Meisterfilme Puh! Bist auch noch gestorben, oder? Entschuldigung Weiter machen wir, klar, auf gehts So, mal raten wer grad ist, von Nacht Eeeh. Eeeh. Fällt es nicht auf? Wass ich das? Vorfass ist halt nicht so oft. Wann ich ein Ding mehr? Warte mal, was ich wusste. Zähler für, äh, eine auf Steeler. Emily, geil. Tuch. Na da, Lover. Mhm. Spiegel. Hund. Der Vater. Mhm. Und jetzt gleich muss der ganz rein schreiten. Ich glaube jetzt kann ich bloß Tücher, ich glaube jetzt kann ich bloß Wolken bekommen, weil es in das letzte Leben war, oder? Was konzentriert ich ein bisschen? Ja. Ich mag keine Karten. Schau mir in die Karten. Das Zeug ist mit beiden. Ich war letztens mal zusammen mit meinem Freund bei Wolken. Cool. Ich habe nichts gewonnen, nichts von euch. So haben wir erstes Mal zusammen. Ich spiele so Eclipse spielen. Haltet was? Ich habe gesagt, das ist sechs Minuten, sieben fast. Ja. Geil. Scheiße. Da. 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 Ich will jetzt auch ein bisschen, kannst du ein bisschen rechnen bei den Spielern auch? Ja. Aber du musst auch... Das ist auch Glück irgendwie. Weil du weißt ja nie, welche Karte geht. Bei Aladin ja sowas. So. In der Poker. Ach so. Ich bin ja noch mit der Aladin schon keine Karten. Ich dachte gerade, wir sind gerade bei Aladin. Aber ich habe jetzt über Aladin. Ach so. 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 Ich betreibe es halt nicht. Ich sage mir das. Schau mal schon. Das ist dann eine Straße. Viele Bäume an Aladin. Eine Straße. Viele Bäume. Ja das ist eine Aladin. Alle. 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 Ich glaube das ist schon geschafft viel einfacher. Easy. Das ist ja auch easy. Meins war schwer. Zu schwer. Zu schwer. Easypeasy. Hele. Spiele. Spiele. Kei. Spiel dein Spiel. So muss es weiter gehen. Dein Spiel. Und? Atemlos. 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 Bicini. Glück an den Knopf. Du hast erwähnt, du hast erwähnt, du hast erwähnt. Du bist am Mont. Du bist doch mein Freund. Du bist mein Herz, ja. Komm mit. Ja, ich verstehe. Der war das richtige für mich. Ich konnte mir auch immer so zeigen, was Versuche sind. Ja man, wir haben voll viele Herzen. Ja man. Hey, das ist eine neue Insider-Gang von mir. Was denn? So. So. Zunge. 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 Ich finde die Vogel geil, ne? Ich finde die Vogel geil, ne? Er erinnert mich wieder aus dem. Mir erinnert von Zunge und ich finde die Vogel geil. Oh fuck! Der ist doch episch, wenn er so rumfällt. Ja, ja. Hoppala. Ich bin schon auch Kerstfies. Ich hab mir die Kerstfies. Oh, von Fiktus auch Kerstfies. Jetzt konzentriere ich mir ein bisschen, Steffi. Oder wirst du die aus ihm dann lieben? Wir können ja irgendwo machen. Uuuuuh. Es ist nicht gemeißegal, das macht dich. Es ist nur Spaß. Fast ja auch, Mann, ist ja egal. Solange nicht alle uns heute leben. Und Versuche sind. Dann fangen wir einfach nochmal von vorne an. Nein, wir haben alle... Alle Dinger. Ne, alle Passwörter. Auf... Video. Ganz cool nachkriegen. Er kehrt da rüber. Ich schenke das immer irgendwie alle an. Oh fuck! Fuck! Scheiße! Kann ich nur den Kopfschlitz schützen. Oh, Alter! Das ist durch ein bisschen komisch. Das ist easy, das Level. Dann sagt sie wieder meistens gleich, ob ihr es ist schwer. Wir kommen hier oben. Jawohl, oder? Steffi vor mir. Wir hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wo du sie baust. Das ist der Aladin. Der Aladin ist da drin. Ich sag nicht, wie sie denn Rayman Legends überwiegen. Oder Rayman Orange ist es. Das ist ja steilig schon mal. Ich wechsle mal hier immer alles. Ich geh nach unten, Achtung. Ich weiß nicht, wie mein Lieblingsbeispiel ist. Wenn ich wegflabe, sag ich mir, das ist voll peinlich. Hä? Mhm. Was ich immer für wechsle. Und dort und da. Oh. Hätte man es nicht erwähnt, dafür. Hm. Jetzt soll es natürlich alle Leute wissen, was steht hier jemand. Schaut einfach, wie der nächsten Part einlöses auf. Ich weiß gar nicht, was du meinst kann. Es ist auch interessant für mich. Ich will auch Sanchini-Börner bauen. Es ist süß. Dahinten ist ein Ray-Bow. Ray-Bow. Ich bin gerade so wah-ha. Geil. Weißt du noch? Da ist doch die Scheiße nach dem Kopf mitgeflogen. Ja, das wäre geil. Was ist da noch? Pinker-Color-Verkopter. Ja, ich hab jetzt geschafft, ohne zu sterben. Und ich hab keine 7 Minuten gemacht, oder? So in 8 Uhr. Achso, da oben steht die Zeit. Haben wir noch Zeit, Stefanie? Jetzt kannst du da oben sehen. 12 Minuten. Ja, oder? Abu-El-Chini-en-Chismine. Chismine. Wie darf es nicht gesagt? Das soll es nicht. Gippie. Mithilfe des Genies. Und des fliegenden Teppichs. Kann Aladin. Der Höhle der Wunder entfliehen. Und fliegt zurück nach Agrahan. Agrahan. Doch Abu kann einfach nichts durchsetzen. Und hüpft auf den Teppichs rum, bis er herunterfällt. Mitten hinein in den Zorn der Wüste. Aladin will Abu retten. Doch der ist bereits in die Ruinen. Eine Pyramide gestürzt. Nun bleibt Aladin nichts anderes übrig. Als seinem Freund in die unheimliche Pyramide zu folgen. Mithilfe des Genies. Patschst du nämlich hier? Ja, oder? Ja. Okay, Leute. Das war's mit Part 3. Im nächsten Mal. Im zweiten. Dann sehen wir uns in der unheimlichen Pyramide. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.